Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich darf Sie recht herzlich zu unserer 274. Sitzung begrüßen. Es ist die letzte vor dem Sommer, ich darf recht herzlich begrüßen die Damen und Herren auf der Galerie der Journalistinnen und Journalisten und unsere Besucherinnen auf der Galerie und auch die Damen und Herren zu Hause, die uns an den Bildschirmen verfolgen. Die Sitzung ist damit eröffnet und die amtlichen Protokolle der 270. und 71. Sitzung sind vom 3. Juli 2024 in der Parlamentsdirektion aufgelegen und wurden nicht beanstandet. Verhindert sind heute die Abgeordneten Engelberg, Graf und Nies, Dutzter, Kunzel, Lärcher, Wimmer, Köchl, Lausch, Zanger, Margreiter und Schetti. Vor dem heutigen Sitzungstag hat das Bundeskanzleramt über Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung folgende Mitteilung gemacht. Bundesminister für Inneres wird durch die Bundesministerin für Justiz vertreten und ich darf ferner bekannt geben, dass die Mitglieder der Bundesregierung, welchen sich einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhalten, wie folgt bekannt gegeben werden. Die Bundesministerin Edstadler wird durch den Bundesminister Tocznik vertreten. Ich darf bekannt geben, dass wie üblich der AUF in AUF 2 bis 13 Uhr live überträgt, der AUF 3 dann bis 19.15 Uhr. Die Bundesministerin Edstadler wird durch die Bundesminister Tocznik vertreten. Die Bundesministerin Edstadler wird durch die Bundesminister Tocznik vertreten.